So, die Mayday feiert 25 jähriges Jubiläum und dazu backen wir jetzt einen Kuchen. Übrigens, eigentlich bin ich gar nicht so gut im Kuchen backen, aber ich versuche jetzt mein bestes. Das ist mein zweiter Kuchen meines Lebens und das schaffen wir schon. So, Leute, der Kuchen ist jetzt abgekühlt. Jetzt machen wir da noch Schokolade drauf und dann habe ich noch ganz tolle Stifte. Ich muss mal was schreiben. Das machen wir jetzt auch. Und wie ihr sehen könnt, es ist mittlerweile fast schon dunkel draußen. Der Kuchen hat so lange gedauert. Wir haben fünf Bier Intus. Das ist eine leckere Schokolade. Ja, es ist vollbracht. Der Kuchen ist fertig. Ich bin jetzt aufwuchs und fertig. Und, ja. Ich wette, ein paar von euch hätten den jetzt bestimmt besser hinbekommen. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Liebe Mayday, euer Kuchen, den ich jetzt dann essen werde. Ja, ich hoffe, wir sehen uns alle auf der Mayday im Empire dieses Mal. Ich freue mich schon ganz stark drauf und ich lasse mir jetzt den Kuchen schmecken. Und ob er was geworden ist oder nicht, das werde ich euch bei der Mayday dann verraten. Tschüss! Ja, bittário, 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 bittário.